Emma, wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Mir geht es mega gut. Ja? Ja. Okay, aber man sieht es dir direkt an. Ja, man fühlt sich irgendwie so bestreit. Ja, voll gut. Emma hat richtige Höhenangst gehabt. Ja, ich glaube jetzt ist sie weg. Ja, schon, ne? Auf jeden Fall. Freut mich, mega. Ja, ich glaube jetzt.